Herzlich Willkommen zurück Leute, es geht weiter mit Rats Instagip, mit Kapuze, Raps, Julia, McManus, Grans, Anakin und Marco. Wir spielen Capture the Flag. Ich bin schon tot. Ich habe unsere zurückgebracht und gescoredet. Was da los? Man kann diesen Boost nicht machen, wenn man nicht flaggert. Ich habe die Flagge zurück, ich habe die Flagge zurück, ich habe die Flagge zurück. Ich habe die Flagge wieder. Du kannst ja nur punkten, wenn du beide Flaggen hast, das ist ja der Witz. Flagge ist zurück. Oh yes, und ich bin wieder on the tour. Oh Gott. Thanks, go. Komm, komm, komm. Oh, goddammit. Wer hat mir die beiden geschossen? Oh nein, die kennt hinten bei der Flagge. Was ist da los? Es tut mir leid. Flagge ist zurück. Hatte, du hattest die Flagge. Und holt sich daher die Flagge. Oh Gott. Alles zu gut, Dalu ist raus. Wir die Flagge gar nicht haben. Ach, Dalu ist nicht du. Schießen seid auf mich. Nein. Ihr müsst ihn doch abschießen. Na, ich habe ihn erwischt. Oh nein. Oh. Hähne gefrackt. Ne, ne, lass ihn mal schön liegen, der Anus. Das geht so nicht weiter. Das geht so nicht weiter. Zurück damit. Wuhu. Wuhu. Alle hüpfen, wenn du, wenn du hüpft die ganze Zeit. Oh. 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 Sie lässt es schön hier. Oh. Triple. Mega-Kill und dabei noch gescorrt. Jetzt wird's. Jetzt wird's. Jetzt wird's. Ich hab dich gerettet. Ich hab dich gerettet. Ich bin den Laser gestorben. Nein. Voll Laser, wie du abgehst. Ah. Voll Laser, wie du hier abgehst, ey. Oh nein. Ich hab dich gerettet. Ich hab dich gerettet. Ich hab dich gerettet. Wie war das? Wo war das? Das ging aber zu schnell. Scheiße. Lass den Gang. Die zweite von rechts. Mach die. Oder die ganz rechte, wie ihr wollt. Wie sieht denn hier der Scroll-Limit aus? Okay, mach die ganz rechte. Die ganz rechte da, dass du lange spielst. Weil die ist echt schwer. Weil die ist sehr groß, die Map. Ah, das ist gut. Die ist wirklich groß. Die Map jetzt hier war echt ganz cool. Ja. War halt nicht mehr. Ja, der grinds von oben in der Ecke. Ja, aber bisher eigentlich doch fast ein bisschen. Plan dein Kugel noch mehr Maps? Als stationäres Geschäft. Ja, genau. Sagt deinem Kollegen, er soll noch so, hier so Multiplikator einbauen, dass man schneller, also schnelleres Spiel, so 150% schneller. Also je mehr Kill's du hast hintereinander, oder was? So schneller du bist, ey. Ne, also das ist ja wie gesagt Early Access, und wenn das Spiel fertig rauskommt, kommen noch mal mehr Maps. Okay, nice. Und der Spielmodi soll auch noch kommen und du sollst, glaub ich auch, hab ich in dem Vorschlag gemacht, dass man das Aussehen seiner Figur vielleicht anpassen kann oder so. Ah, okay. Doof, weil dass man Sachen freischalten kann. Das rote Wasser ist freundlich, da könnt ihr alle reinspringen, da geht der mit Fuß. Also nein. Genau, das ist das Pool. Oh ja, da steht man. Okay, danke. Aber Rocket Jump, zimit am Pool auch. Ihr könnt Rocket Jump am Pool machen, das geht. Also wenn man... Halt doch mal auf, ich will hier gucken. Geht's schon los, oder was? Ach so, man soll jetzt in der Pool springen. Ja, die Map ist riesig. Genau, ja, die Map ist riesig, und deswegen ist es auch... Rocket Jump am Pool geht auch nicht. Hier die rote, die rote, die punkten, die punkten. Natürlich. Oh, ich halt sie auf. Yes, got it. Oh, ausfallen ist auch schlecht. War das... Er hat dich auch gefrackt an. Als ob du mich gefrackt hättest. Alter was, Grants, was machst du hier denn jetzt? Was ist los mit dir? Der Beste aus dem Team auf einmal. Wer spielt jetzt für dich? Meine Freundin. Ach so, okay. Alter, Grants, ey. Boah, ihr müsst ihn auch aufhalten, den Boy. Ey, ich komm nicht aus der Base raus. Ich komm auch raus. Und die machen jetzt den zweiten Punkt. Ey, ich komm nicht aus der Base. Hab den Grants, hab den Grants. Die Basecamp, ey. Man muss einfach nur schießen. Okay. Ach, Julia killt mich irgendwann am anderen, ey. Da hat's ja gelohnt, dass wir uns umgarten. For Grand Sex frags Dalu 2. Äh, ich bin raus. Screenshot Warpenter. Ich bin raus. Wie raus? Oh, ey, das ist gefracket. Ist vollendet, einfach. Die haben an. Dalu hat keinen Bock mehr. Was, die haben an gemacht? Ah. Ah, 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 ah. Hab ich dich noch erwischt, du Hund. Er hat die Flagge. Nein. Er hatte die Flagge. Aber ich hab sie wenigstens kurz vor Ort gesagt. Das ist ein Sack, ey. Das ist ein Sack, ey. Oh, Megakill. Das war der Megakill. Der andere hat den Megakill. Der andere hat den Megakill. Der andere und ich hier voll an. Was hier verkehrte Welt ist. Die haben wir uns angemacht. Nein. Dalu. Äh, wieso hab ich die Flagge da nicht aufgesammelt? Weil ich dich abgeschossen hab, jo. Boi. Du bist daneben gesprungen, Grants. Du bist einfach daneben. Oh Gott, ey. Du warst sowas von daneben. Du bist so daneben, was du gemacht hast. Mein Verhalten war jetzt mal so. Oh nein, ich bin von der Map muss flogen. Ich hab mich selbst gekillt. Ey, da ist es. Das ist ein Dalu, doch der Boy. Das war der Dalu, boy. Sieht man das irgendwie, wenn man die Flagge hat? Lass dich schön liegen, Grants. Oh nein. Komm, grab's. Grab's. Kann man das irgendwie feststellen, wenn man die Flagge hat? Ja. Nein. Du siehst doch los. Rett doch mich. Du siehst doch los. Oh, ich meine, wächt mich. Rett. Oh, komm schon. Alter, Grants, ey. Was hat der denn hier für Skills drauf? Alter Schwede, ey. Was ist hier los, ey? Gib die zurück. Nein. Jack and John. Oh, ich hab grad wen gekillt, der grad gespawnt. Lass sie da nicht. Oh, ich hab zwei Flaggenschräger geholt, ey. Und dann passiert wieder Niente. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Niente, ey. Bist du, oh, die Flagge. Yes. Ey, Kapuza. Genau, Doppelbill. Er hat einen Verteidiger. Julia, ich verteidige dir nur den Flaggenpunkt. Nein. Genau so wird hier gespielt, ey. Außenwege. Nein. Oh, fuck, 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 fuck. Hat er sich das Code schon montiert? Alter, Grants, ne? Was bist du eigentlich... Was, was, was ist los mit dir? Was hast du gegessen? Wer läuft bei dir? Grants hat an. Grants hat an. Grants hat jetzt... Deswegen war der vorhin so schlecht, der musste sich erst einen Aimbot programmieren. Ja, aber anscheinend haben den alle jetzt gerade angenommen. Ja, deswegen stand der die ganze Zeit in der Ecke bei der letzten Runde da hinten, weißt du? Weil der sich noch nicht fertig war mit seinem Aimbot. Da rennt einer, geht auch mit mir. Ah Gott. Hat er noch nicht programmiert gehabt, der Grants. Also, ich kann deinem Kumpel sagen, hier, wo die... Ah! Da war ich außerhalb der mad mit meinen Tricks. Oh! Endlaser! Ah! Das kannst du vergessen, Maru! Das kannst du vergessen, Maru! Los, hör die Flagge, Leute! Nein. Nein, okay. Ha! Ja, das Sniperring. Das Kapuzengewühre ist hier an unserer Flagge. Oh! Das ist Kapuzer, die Flagge, Leute! Das wirmt, das wirmt! Oh, ich will nicht immer von der Map-Fall. Kapuzer, mach das! Ich hab' ich nicht verloren. I got it! I got it! Ich hält sie ab! Ich hab' sie ab! Ich hab' sie ab den Punkt! 18er springt uns... Geschniper! Das war ich! Ich wollte einfach nur den Kiel noch haben! War gut, ne? Schlimmer war'n du! Das sagen alle! Das sagen sie alle! Ah! Puzer, ey! Im Flug hat er mich erwischt! Yeah! Du musst ein ruhiges Händchen... Nein! Kleiner Pool! Ah! 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 Eee... Aaaa... Eee... Double Kill! Fünf Leute, die euch geholt, kommen trotzdem nicht raus! Eee... Jene-Me Bible ist auf jeden Fall schon größer, dass die andere... 관심 ist aber auch ganz cool! Ich mag den Modus aber lieber als einen anderen Muss nicht gestehen! Im Pool kann ich keinen Rocket Jump machen! Ich sterbe da immer! Ja, ich fall' immer rein und sterbe! Nee, das geht wirklich! Ich hab von... Äh, Leute! Hol' die Flagge! Krass! Hast du gesagt, äh... Jule, du magst den Modus lieber als den anderen, oder was? Ja, definitiv. Also er gefällt mir viel, viel besser. Der Lucien hängt ja auch nur an der Flagge. Nein, ich bin auch schon nicht weiter vorne gewesen. Eben, das ist der nächste Punkt. Juuu, gedreht von dahinten. Gedreht? Von direkt ins Gesicht. Von direkt ins Gesicht. Hier, das ist auch schon wieder da. Ja, sehe ich doch am Krippel-Movement. Das Krippel-Movement. Das kommt schon. Verteidigung und so, Jungs. Hilfe, Leute, helft mir. Ich hab da vorne einen erschossen. Los, 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 los. Das sagen sie alle. Unsere Flagge. Ja, unsere Flagge, Leute. Die liegen da oben. Wo ist die Flagge? Ich treffe einfach nicht. Ich hab die da abgeschossen. Oh, shit. Putzer. Oh, shit. Anne kämpft da. Anne kämpft da. Ich gebe Glück. Es war so. Verdammt, ey. Fast los. Ich bin unsterblich. Hab ihn, Anne. Hab ihn, hab ihn. Ich hab die Flagge von denen. Ich hab deren. Ja, wir sind gut. Oh Gott. Wuhuu. Der hat den Punkt geholt. Kann doch nicht sein, dass du zu dritt davon die Andi platt kriegst. Oh, crap. Das lässt du hier auch verwenden. Du hast 1 A hier Arbeit geleistet. Oh, keine Moves. Dalu hat die Flagge. Ah, Dalu. Ah, gib ihn weg. Links liegt die Flagge, Leute. Habt die Flagge wieder. Habt die Flagge, Leute. Oh. Die Leute, gut gefragt hat er da. Uuhuu. 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 Ach Gott. Wie slink. Wie slink. Slink. Slinkity. Oh, die Flagge hat leider beschützt. Oh, das war knapp. Ich hätte fast die Flagge gehabt. Komm, Schade. Links gehen sie. Oh, wer hat die Flagge? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Ich hol euch alle Triple Volt. Ich hab alle. Das ganze Team gedringt. 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 Oh, da schießen sie aus. Ohhhhh. Ohhhhh. Nice squad. Jetzt die Flagge. Oh Gott. Das ganze Team. Oh Gott. Unsere Flagge, Leute. Unsere Flagge. Außen weg, Julia. Ja. Wiegst du? Nice. Was stimmt. Noch ist alles drin, Leute. Ich hab noch nicht gewonnen, die Boys. Oh Gott. Erstmal wieder hin. Erstmal wieder Sniper Rina. Oh Gott. Oh Gott. Nein, mit denen er lobst. Wie fies. War gut, oder? Ja. Ich bleib jetzt wirklich eklig am Defenden hier. Oh. Schon wieder. Was ist los mit Crafter? Ja. Auf jeden, ey. Jetzt wo sie Punkte haben, campen die mit drei Mann die Base. Ja, oder Zeit, ey. Ich spielte ja auf Zeit. Schon mal ein Messer Zeit geendet, ey. Ich bin außerhalb der Messer. Oh, ich hab mich gerettet. Na, Danu. Na gut, der muss sich halt hin runterstellen. Triple. Ach. Irgendwie viele. Wie wär's mal mit Respawn-Zeit? Ich hab zuerst gesagt, unsere Flagge ist wieder am Schnapp hier. Respawn-Zeit wär nicht schlecht. Sollte man mal einbauen? Gibt's doch. Eine Sekunde da. Ja, ich... Maru hab ich auch geholt. Springen, Schweinchen, springen! Leute, recht auf der rechten Seite von uns! Crenz, kommt! Crenz hat die Flagge! Crenz hat die Flagge! Crenz hat die Flagge! Crenz hat die Flagge! Nein! Oh Gott! Crenz hat unsere Flagge! It's on! Ich weiß gar nicht, wie es geht! Hat er nicht, hat er nicht! Nein! Ihr müsst mich beschützen! Tune it, Craps. Schnell, Leute! Crenz ist hinten an der Base mit unserer Flagge! Ja, ja, ja! Ich töte jemand anderen, die kommen! Zwei von den Angreifern sind down! Verteil ich Craps! Ich hol den! Ja, mach ich! Ich verteil den Craps! Craps, wo bist du da? Ich stirb bald endlich! Wer auch immer du bist! Hab ihn! Hab... Ich hab... Kann man mich einsammeln? Ahhhh! Kann man mich einsammeln? Nein, ich kann aber nicht einsammeln! Ach so! Ab, Crenz! Da kämpfen fünf Leute hin! Ja, na klar! Dalu, hol die Flagge! Ich komm nicht hin! Also, weil... Auch wenn ich sie alle töte, spawnen sie ja neu, bevor ich da bin! Warte, ich geh mit hin! Die sind zu gut einfach! Die spawnen! Da muss ich mich noch jemand verteidigen, Mann! Ich verteidige Craps! Hat sich das beruhigt? Okay... Na, wenig! Oh Gott! Minimal! Zeit läuft jetzt ab, Boys! Nein! Alter! Er snipet sie aber auch über die ganze Map, ne? Mit deinem Aim-Bot-Skills immer! Er snipet sie über die ganze Map, bis ich da bin! Oh! 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 Ich wusste gar nicht, dass man hier nicht schießen muss! Das ist endlich! Oh! Wren, du bist so gut wie ich... Dann wurde die Liste umgedreht! Schau mal, da steht doch das Aim! Schau mal, da steht doch das Aim links! Ähm, ja? Anne? Sind wir alle gleich! Anne, jetzt sagst du der Zug! Nice, nice, nice! Wie kriegt man denn eine Eins vorne? Wie macht man das? Oh! War das zu Ende, Leute? Links in der Videobeschreibung! Bis dann! Tschüss! Tschüss!